Wir sind auch schon wieder dabei, eine weitere Probe von Let's Play, Pay, Day 2, und wie immer, also wie letztendlich auch, ein New Technik setzt, weil die anderen nicht wissen, dass ich auch so. Beziehungsweise, Pay? Ja. Ja, ich auch, das ist gut. Am zweiten nicht wieder. Ah, ich erst am sechsten. Oh, okay. Wieso sind hier denn jetzt schon gepanzerte Polizisten? Wird schon gleich entdeckt hier. Hier stehen schon schön zwei Poliziatos vor allem. Schon mehrere. Oh, wir müssen einfach reinlaufen, ganz schnell. Einfach reinlaufen. Seht ihr ja einfach reinlaufen. Doch, und gibt ihm. Was? Ich denke, wenn ihr hier irgendwo Tresore seht oder so, alles schön aufmachen damit. Die Masken auch? Okay. Ich gehe ganz hoch. Ich gehe ganz hoch. Ich gehe ganz hoch. Hier ist es eigentlich mit den Masken relativ egal, weil wir müssen ja eh alles zerstören. Das heißt, mit Hilfe kannst du das Level hier leider eh nicht machen. Oder habt ihr das anders gemacht, Rabbit Fire? Nee, nee. Jawohl. Ja gut, wir sind erst hoch und haben dann angefangen. Ah, okay, ja gut. Da und da konnten wir dann schön fielen. Okay, das ist jetzt so. Die Sächer oben kaputt. Die Sächer kaputt, Mann. Meine Glas kaputt, meine Gläder kaputt. Muck holen. Ja. Also ich werfe hier so ein paar Schmuckbeutel. Ja. Ich will immer in den Handtaschenladen. Flo, wo bist du mit dem Schmuckbeutel? Äh, wohin soll ich denn bringen? Ja, hier, wo die anderen... Handtaschenladen. Ja. Hier. Ich bringe ihn zum Handtaschenladen. Nein, nicht Handtaschenladen. Logisch, weil da ist dann der Spot, wo der Helikopter kommt. Ja, hier hinten. Ja, wollte ich gerade sagen, Prasell. Wolltest du gar nicht. Leerchen. Hab ich jetzt kein Geruch... Oh, bin ich dabei. Du bist jetzt kein Beutel mitgenommen, ne? Ah. Alter. No. Hast du den zweiten Beutel schon? Ja, die andere Beutel. Hat einer einen ECM-Störsender? Für die Bankautomaten. Nicht dabei. Okay. Kriegst du damit die Bankautomaten auch? Ja. Oh, ich hab hier noch einen fetten Geldsack. Glaub ich auch. Geißte. Ein Sniper hat mich errichtet. Oh, Hilfe. Wo ist das denn? Ich komme hier leider gerade nicht weg. Wenn Floro kommt, dann bleibt er für mich. Da. Ich musste aber erst einen Sniper aussteigen. Oh, lol. Ich hab selber noch auf die Gitter sind. Wo war der? Der auf mich schießt. Ah. Ach da. Danke. Ist weg. Ja, super. Alter. Ich geh nicht sehr. Ach, da ist einer. Alter, ich bin so ein Blindverschner. Ja. Ah, krass. Oh no. Malte, er ist weg. Ah. Oh, jung. Ist irgendjemand ein Medikid oder so? Ich hab... Hier unten auf der Treppe sind welche. Hm? Unten auf der Treppe sind welche. Okay. Da wo ich... Da wo ich gerade bin. hinlaufe. Da muss ich jetzt hinkommen. Schnell. Mann, der blöde Sch... Äh, wo war die Drehzeit kapiert, oder? Wie viel bist du denn? Alter, mich hat's unten erwischt. Ja. Warte, du bist glaub ich bei mir in der Nähe, oder? Ja. Alter, hab ich hier nicht verfehlt. Da sitzt einer. Ah, okay. Warte. Nein, 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 nein. Ich bin hier gerade. Wie viele Sekunden hast du noch? Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ah. Ah, nachladen. Puh. Ich bin hier gleich ziemlich am Arsch. Ja, hier, ich bin jetzt auch am liegen. Gibt's Erdeckung, Flo? Wo? Äh. Oh. Ah. Was? Mich hat der Snyder mit einem Schuss weggemacht. Danke. Alter, jetzt liege ich. Scheiße. Jetzt ist hier nichts drin in dem Tresor. Ist das nirgendwas? Was? Äh, wo kann ich runterfließen? Äh, ich und Narakos liegen wieder. Nicht alle. Wow. Und Schakal auch. Wow. Ich war's die ganze Zeit noch oben. Ja. Auffäll. Ja. Ich bin tot. Ja. Sollte. Nochmal fail als gerade. Oh, noch ein Sniper. Alter, die saßen. Dieses Sniper, ne? Irgendwie... Wir hätten die Masken oben erst aussetzen sollen. Wieso wart ihr denn unten? Medikid. Ja, da lach. Da wurde das Medikid. Ich hatte noch eins. Ja, wir haben doch eben gefragt. Die ganze Zeit. Ich hab gesagt, ich hab noch. Der einzige, der Antwort hat, war der Narakos. Ja, ich war unten auch. Mach mal. Ja. Versuchen wir's noch mal und dann hau ich ab. Bleiben jetzt oben oder unten jetzt? Einfach damit wir alles wissen. Bleiben wir oben oder unten? Gehen wir hoch. Gehen hoch und fangen oben natürlich dann erst an. Ja. Wie es eben gesagt wurde, versuchen wir das. Und unten natürlich die Tresore sollten wir auch mitnehmen, wenn's irgendwie geht. Okay. Wo sind denn unten die Tresore? Schuhladen, keiner. Ja. Auch wieder rein. In dem Friseursalon ist auch keiner. In dem Antikwarenladen ist ein Tresor. Hier ist einer. Hier ist auch einer. Ja, Flo, hier sind wir doch. Scheiße. Hier ist keiner in diesem Cosmete-Beschäft. Im Weinladen ist keiner. Narakos, ist bei dir einer? Nein, hier ist keiner. Hier sind... Hier, ähm... Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Im Fake-Nap-Beschäft ist auch keiner. Hier ist einer. Gut hingekriegt. 2-3 hier. 2-3 hier. 2-3 hier. Uh, reporting in. I got clear signs of breaking here. Time to get your feet wet! Naht. Stop it! Don't kill civilians! You're all the clock guys! Du bist unten Rapid Fire, oder was? Neben oben, im Lamborghini House. Super. Okay. 2-3 hier. I got a chopper inbound. So. Der kommt mit runter, dass wir zu zweit mal unten gucken, was da noch zu holen ist. Unten ist nichts. Ist nichts? Keiner mitgekriegt. Ja, Pavel im Boram-Auto-Beschäft, ja. Oho. Oh. Aber ich bin oben, ne, Leute? Ja. So wie alle. Ach so, pardon? Ah sorry, das ist gut. Don't act dumb. $30,000. $30,000. $30,000. $30,000. Kann jemand hier oben Medikits platzieren? Ja, ich kann eins platzieren. Aber erstmal muss ich mich dafür retten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich muss hier wegkommen. Dank. Also ich könnte jetzt hier einen Medipack legen, ne? Ja. Oh, ich da. Super. Ja. Komm schnell, komm schnell. Hat auch jemand Munition? Oh, liegt eben da. Der ist in 20 Sekunden fertig hier, der hier. Oh Gott. Oh Gott. Da stehen sie. Ja, danke. Ja, danke. Boah, hier war nichts drin. Ja. 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 Das ist eine super. Loll die Monatage ist weg dann mach ich mal nennt die ist auch schon fast leer aber ich hab ja auf mich für den Taser-Menschen da killen Sniper ist auf Sniper ist auf Sniper ist auf Sniper ist auf sind auf Sniper Sniper Boah, da kommt so ein Riesen-Armor-Menschlauch. Oh nein. Ja, alle draufballern, wenn er hier ist. Alles draufballern, was geht. Ja, ist jetzt gerade erst mal hier irgendwo in die Ecke gegangen. Boah, ich sterbe gerade. Äh, Taschen nehmen und abhauen. Die liegen alle hier vorne. Alle ganz schnell hier in die Mitte. Ja, bin drin, bin drin. Einfach laufen, einfach laufen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich, boah, fetter, gell. Wer hat den Sack da... Boah. Huh. Wer hat den Sack da reingeworfen? Ich auch nicht. Warte mal. Warte mal, auch nicht. Wo hinten drin, oder? Ist das trotzdem, was wir haben, oder? Jemand hat den Sack einfach in den Kreis reingeworfen und nicht mit reingenommen. Ja, ich hab den, äh, worfen. Ist das trotzdem? Ja, okay, gut. Oh yeah. Ja, level 10, level 11, level 12, alter, level 45, level 50, super. Prozent Prozent der Lärmste Städte Welt du schlug ja auch hier ich habe ich bin nur drei gestiegen dort der langer Lauf hoch der Erbauten die Kündigstiebe Deutsch Das war's dann und vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, tschüss.